Rainbows Youth ist ein Angebot für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren. Hier haben die Jugendlichen die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen ihre Familiensituation anzusehen. Inhaltlich und methodisch ist dieses Angebot genau auf die Bedürfnisse dieser Altersgruppe zugeschnitten. Wir vereinbaren die Termine gemeinsam mit den Jugendlichen. Insgesamt finden fünf Treffen statt, die jeweils drei Stunden dauern. Zu Beginn gibt es ein Erstgespräch mit den Jugendlichen. Dort erfahren sie mehr zu ihrer Gruppe. Was passiert in der Gruppe? Was erwartet sie in der Gruppe? Welche Ziele gibt es? Wie ist der Ablauf? Die Jugendlichen können so entscheiden, ob die Gruppe für sie passt. Es gibt aber auch die Möglichkeit eines Einzelcoachings. Coaching bedeutet Beratung und Begleitung, zu dem auch ein Freund oder eine Freundin mitgebracht werden darf. ico Blue oric Ik Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2012 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Veteriner Heimlich Vielen Dank.